Ja, moin. Ich weiß nicht, was sagst du von mir? Wir müssen auf Anfang in die Lower East Side. Wir können dort... Oh, Opa. Wir können drei Aufträge machen. Junkie Gang. Das Musikinstrument. Und zur Tante ist die Hauptmission. Äh, ist nichts. Gut. Und hier können wir irgendwo mal noch... dorthin kommen. Wo die Apartments sind. Ich habe es vergessen. Except für die alten Leute. Und ich. Ja, Mädel. Ähm... Ist die Lower East Side verbunden mit dem Ort? Das Doraufgang? Das ist jetzt die grosse Frage. Oh, da ist eine Wohnung animiert. Das heisst... Da ist wahrscheinlich die Tante drinnen. Da drinnen. Da steht etwas. Dort... wäre so ein Apartmentkomplex gewesen, wo garantiert... das ominöse Zimmer 200 irgendwas drin ist. Entweder ist hier der Typ, der das Instrument hat, oder da ist die Tante hier. Ich sehe sie sogar stehen. Der Stand dahin. Okay, da wissen wir nur, wo wir die finden. Äh, aber jetzt ist die Frage. Und da sieht man es auch schlecht. So... Green Olive Grove. Soll die wohnen? Das ist eben nicht das Green Olive Grove. Der geht vielleicht gleich auf der anderen Seite. Ist das das Green Olive... Ah, ja. Okay. Das hat zu. Seit sie noch geballert sind wir mit dem Polizeiauto. Dann können wir das schon mal abhaken. Finden wir es. Der ist in Lower East Side unterwegs. Und in Raspberry Street. Die ist auch hier irgendwo. Ist alles okay? Sind wir okay? Was ist der Typ? Was finde ich denn hier? Wo hangt der ab? Da hinten läuft die Mutter. Ich kann entgegen sein. Da hinten läuft die Mutter. Ich kann entgegen sein. Ja. 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 Ist auch zu. Wenn ich rennen kann. Hüpfen bringt auch nichts. Nichts. Mach auf. So. Ja. Ja. Oh. Ist da am Boden eine Nachricht. Das kann ich doch nicht lesen. Kann ich doch nicht lesen. Oder? Ist das das Pier 19 gewesen? Wo ich hier bin. Für das Geld zu verbringen. Das weiss ich nicht mehr. Da ist die Gang. Da ist die Gang. Warum schiessen die schon? Warum schiessen die schon? Autsch. Wo ist denn der vierte? Hey. Der erste Kampf. Die schiessen mich alle. Ja komm. Zum Springer. Ähm. Das waren drei Types. Wo ist denn der vierte? Der mich erschossen hat. Ist das noch gar nicht gang. Der ist der gut. Wir müssen noch mehr sein. Ah. Das ist mit der Mondharmonik. Jetzt eine Feuerlädigung. Drei Mal oder gleich. Aber. Wo sie. Da ist Musik. Das heisst. Ah nein. Ist das Gang und. Ich muss die Raspberry Street finden. Ich muss die Raspberry Street finden. Das war noch nicht gang. Waterfront. Whitefish Alley. Ah. Da bin ich schon. Mal. Da bin ich auch schon mal. Das ist. Was ist die wieder da? Ist das Gang? Mann. Mann Regardless. Ja. Mann. COR怕. Mann. XXT. scenesgen. Mann. 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 Zubege, 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 Stand vor, Zubege! iltere. Adäntiger. Zubege, 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 Zube 맡emee, Beiter. Schnell. Schnell. So. Ich muss sie nicht geben. Die haben mir schon öfters getroffen. Du schmeckst. Schnell. Immer noch. Junkies. Das wüsste ich ca. wo, wenn ich wüsste, wo das war. Ah. Cool. Ich weiss aber nicht mehr, wo die Leute sind für die, die ich die Aufträge gemacht habe. Halleluja. Da bin ich dann über die Leiter oben durch. Das wäre eine Abkürzung gewesen. Aber zurück komme ich nicht mehr. Ich bin 100% sicher. Das ist dort, wo das Geld verbrennt. Ein Apartment. Und da versteckt sich einer, der mich sonst verraten oder etwas. Aber wie komme ich da hin? Das Gelände war mit einem anderen verbunden, wo das Tor aufgegangen ist. Aber... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Orientierung in diesem Spiel ist nicht ganz einfach. Der Steck war mit einem anderen verbunden. Er ist das... Der Steck war mit der Leiter auf dem Begriff. Der Stecker. Da ist dann auch mit einer Schauspielerin. Der Steck. Der Steck war mit einem Schauspieler. Oh, I've been so worried about you. I heard you were gone and I feared the worst. You look thin. Have you been eating? You come on inside. Come on. You want some minestrone? Hm? Was passiert auch wenn ich die hier schieße? Ist das das Zimmer von ihr oder von ihm? Flashgarden geht immer. I know what's happened, Jackie. And you know how much I've always loved you. You know how I hate it when our family turns against each other like this. Aunt Sarah, I lost her. And what the hell am I gonna do without Jenny? It's terrible. I cleaned out her apartment. She was waiting for you, Jackie. Anyone but you could see it. You should have taken her away from this place when you had the chance. And now you've got to take care of it. I'm really sorry for the way things came out, Aunt Sarah. Now you know that I never meant any disrespect to you and the family. But I'm gonna have to take a stand against Paulie and Eddie Shrote and punish them for what they did. I know. And some of the older men, they'll support your decision, Jackie. But you're gonna have to earn their trust. If you were to hurt Paulie's operation, they might consider joining you. They want things back the way they used to be. I'm gonna tear his face off Aunt Sarah. Pardon my language. But I'm gonna rip that dirty little motherfucker's face off and feed his lips to the fucking rats! But I can't kill that little fucking scumbag without your blessing. You know that. Well, kill is such a dirty word. But do what you have to do. And understand that you won't get to Paulie unless you go through his police dog first. The only way to Paulie is through Captain Eddie Shrote. Now, I happen to know he has an apartment up by Gun Hill. And I spoke to Jimmy the Grape. And he's arranged for a mayor named Abe Hunter to let you into the building. And I suggest you go there and take up Jimmy's offer of help while you can. Go to Gun Hill. I said that you should take the subway to Fulton Street and that there should be a service entrance down in the Fulton Station that leads to Gun Hill. I said that you should take the subway to the building. I was already there. That's also another one. That's the apartment 200. That's the apartment 200. Where is it going from? I mean here. That's another one. It's like I have everything to live for. And nothing to gain. It's like I have everything to live for. And nothing to gain. I don't have anything to gain without you. But at least I have a purpose. And that's tearing Eddie Shrote into a thousand pieces. That's my reason to live. Let's see back. I live here. Are we good? You need to get ready to get ready. You should be good at all. What is he here actually? I find that apartment here. Was was that here? We'll go quickly for high. Das ist nicht mehr zu gut herum, oder ist das hier nur der Friedhof? Ja, das ist der scheiß Friedhof. Nein, da bin ich für nichts. Ich habe gehofft, hier eine Scheibe zu überspringen. Das ist der falsche Ort. Wahrscheinlich geht hier auch noch die Mission weiter. Das ist nicht hier, wo ich gehofft habe. Ich liebe das, wie ein Subway schmeckt. Eine Kombination von Garbage, Piss und einem brennenden Motor. Besonders in der heißen Sommer. Das ist ein kranker Mensch. Hier sind die Ticket rein. Das interessiert hier irgendwie keinen Schwein. Manucci. So sind alle echte Leute hier. Oh. Oh. Wenn du die Hustle-Mann aufhören, um ihn zu verabschieden, um ihn zu verabschieden und um einen Kuss mit einem Schauch oder so. Kann ich das jetzt? Hey, du! Hey, willst du Geld machen? Ich habe noch eine Ablängung. In der Mitte. Aber der ist nie dort. Da muss ich eben ein Ablenker machen können. Der ist nicht dort. Nice try, but no tamales. Que suavato. Too bad you lose. Das geht ... Hey, you ... Do you want to make some money? Nein, ich möchte gerne wissen, wie ich das ... Wie markiere ich den Scheiss? Krita oder wie auch immer. Ah. Du siehst? Wow, woher? Woher du schaust? Was ist das? Was ist das? Alle, alle, alle. Everybody step right up, step right up. Do you want to try your luck? Where's some easy money? Where's some easy money? Keep your eye on the ball. Keep your eye on the ball. Step right up. Alright. I'll play. Okay, okay. Where's the ball, where's the ball? Is it on the left? Is it on the right? Is it on the left? Is it on the right? Is it on the right? Where's the ball? Is it in the middle? The middle one. The middle one. You pinch your ... You fucking lucky bastard! What's wrong with them? Okay. Will bring you this net? We've got this yet. We've got this yet. This is the waiting room. There's a harmonious way. This is here. Hi. How are you? Scooby Doo Het is ook gepraak Selbstmord auf heiligem Boden Also in der Kirche, oder? Die Frage ist, ob ich in der Mission auch dorthin komme We got store number Ciao, and see you around Moment Weil Hey, es ist aber nicht am gleichen Ort Schraut Ist der Service Eingang in Gun Hill Oder hat die Nummer Und da sind die Nummer New York Transit Service How can I help you, Sir? Oder war das Pier 19 Dort, wo mir das Geld verbrennt Gun Street zeigt es mir auch nicht an Aber Jetzt finde ich den Service Eingang nicht mehr Muss ich da nach Fulten reisen Und da ist es Wir trainen Verkalkas não Ist ja auch hier durch Okay, jetzt orientiere ich den Spiel, wie lustig. So sind wir immer genau auf der anderen Seite. So sind wir immer genau auf der anderen Seite. All good? Ja, da vorne ist der. Was ist gut? Was ist gut? Was ist nicht auf hier? Was ist gut? Was ist gut? Na, du hast viel mehr Guts als die meisten von der Stadt, die ich hier gesehen habe. Kannst du ein bisschen Wager machen? Nur zwischen Freundinnen? Was hast du in mir? See this coin? Let's say I throw it down the track and you go pick it up before the train gets you. I'm gonna throw four coins, just so you know. Und die Abzug? Watch out! Die miese Schlampe, die finden doch das nicht, das Geld. Jetzt kommt der Zug mega schnell sich. Ich habe ein bisschen schiss, dass wir jetzt sogar gekillt. Was ist denn mit dem scheiss Armraif? Das... Ist jetzt das Geld weg, weil der Zug schon durch ist? Das sieht so aus. Die Waffen hierherkommen zum Polizisten. Aber... Jetzt weiss ich nicht mehr. St. Mary's... St. Mary's... St. Mary's... St. Mary's... St. Mary's... St. Mary's... Ja, da gehen wir noch, aber das ist St. Mary's Waisenhaus. Irgendwo ging auf jeden Fall ein Tor auf. Da war die Welt verbunden. Ich muss schnell anschauen. Ob das hier war? Stoff Apartment. Ja, 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 genau hier. Aber dann ist sie aufgegangen. Irgendwo waren hier Apartment. Wo ich auch nicht mehr will. Was war das hier? Ja, wir sind richtig, wir sind richtig. Ich möchte, das ist hier. Das mit der Münze kann ich immer noch machen. 261. 64. 65. Das heisst, das ist hier vorne. Das ist hier vorne. Huch. Äh. Das hat dann jeder Waffe. Ich mache mal ein bisschen Licht. Das Licht aus. Das ist das Logabic. Das ist das neue Spannungs-Flech-Versteam. Fertigungs-Flech-Versteam. Was ist hier hinten? Das wäre, wo ich bin, wo ich bin. Das gibt gut. Das sieht gut aus. Das ist ein Chaos-Flech-Versteam. Das ist ein Chaos-Flech-Versteam. Das ist ein Schmucker. Ich bin jetzt eh noch gerade gekehlt, aber oi Das für den Outfit Ja, heim wir Was ist jetzt mit ihm? Juhuuu Das ist schlugen Darf ich mal? Man muss einfach umgebracht werden Herzloser Geil, 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 geil Ich muss nicht mehr abhaken Keine Bauerei Geil, gut Geil Geil Ey Nichts unfreundlich Ich lasse jetzt mal erleben Aber die hat da alles Herz für mich Geil 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 Vielen Dank.